Darf man viel Glück sagen? Das ist kein Problem, wenn man damit nicht ein Austreten aus der Vorherbestimmung von Allah meint. Genauso wie, das war aber Zufall. Zum Beispiel, du triffst jemanden und sagst, dass ich dich hier treffe, ist aber ein Zufall. Jetzt bei den Kuffar, Zufall ist, was? Außerhalb von der Vorherbestimmung von Allah. Wenn du aber mit Zufall meinst und auch mit Glück meinst, dass das innerhalb von der Vorherbestimmung von Allah, aber beispielsweise jetzt mit diesem Zufall, du hättest jetzt nicht gedacht, dass du diese Person hier triffst. Und deswegen sagst du Zufall in dem Sinne, dann ist das erlaubt. Ja, daakir al-Azhar.